so und noch mal ein kleines pick and win schon länger nicht mehr gemacht letztes mal hat hier keine aufnahme wo ich die rattler gewonnen habe für 20.000 tage schade schade aber hier ist ein schickes board noch fünf übrig seltene vier coins habe ich ich werde es mal versuchen und da fangen wir auch schon mal an in infanterie hose ist natürlich wunderbar wenn ich mal alles ablege habe ich mir immer was kleines zum anziehen so der sieht mir gut aus der sieht hier sehr gut aus und ne blackhawk 1900 zwei coins sind noch da und naja was haben wir denn noch schönes hier meistens ist ja im linken bereich aber manchmal ist auch rechts manchmal ist auch unten aber oft ist hier so in diesem bereich oder oder hier deswegen nehmen wir jetzt mal den hier daneben war einer sehr schön den haben wir leider nicht manchmal sind doch zwei nebeneinander meistens nicht aber ja dann werden wir mal hier diesen bereich mal ab krasen jenes handel 47 was will man mehr ja ok 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 was nehmen wir jetzt was nehmen wir jetzt bleibt nicht mehr viel übrig und 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 ich probiere mal den hier oder doch mal daneben nehmen oder vielleicht der hier ach komm wir nehmen einen nein noch einen am rand ich weiß es nicht ich nehme den den nehme ich der ist unwahrscheinlich und ein mr signal helm ja super habe ich wieder was für wenn alles abgelegt ist ohne rüssi und so wenn man spielt dann ist das ganz cool der ist für einen tag ein tag ein tag meine güte was für ein pech alles nur für einen tag naja reicht ja auch ja das wäre es mit dem neuen pick and win ja scheiße hat leider nicht funktioniert ein paar kleinigkeiten habe ich gekriegt nix besonderes und ich denke das war's auch